Der Mai ist gekommen und der April ist gegangen. Grund genug, heute mal wieder in mein Gesamtdepot zu schauen. Ich zeige euch heute wieder ganz transparent meine Dividenden, meine Performance, meine Einzelpositionen, alles ganz transparent. Von plus 80% bis minus 16% war alles dabei. Los geht's direkt nach dem Intro. Viel Spaß beim Video. Ja, willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute eines meiner Lieblingsvideos. Ihr wisst, die Depot-Updates mache ich immer am liebsten, egal wo es hingeht, egal ob es nach oben oder nach unten geht. Weil ich mag einfach Zahlen und ich mag einfach gerne auch mal da rein zu gucken, was hat sich gut entwickelt, was hat sich schlecht entwickelt. Ich bin so ein kleiner Depot-Update-Nerd und deswegen ist das wirklich eines meiner Lieblingsvideos. Heute das Gesamtdepot. Wir gucken uns heute wirklich alles einmal komplett an. Bevor wir aber loslegen, möchte ich einmal meinen Buddy, den Dividenden-Backpacker, einmal ans Herz legen. Das passt ganz gut, denn der Holly aka Dividenden-Backpacker hat unter anderem auch ein Dividenden-Depot, was er auch monatlich zeigt. Und das soll auf 450 Euro Dividende pro Monat aufgebaut werden. Hier seht es hier, da könnt ihr mal reinschauen. Und es gibt hier auch ein Trader-Depot, welches er quasi monatlich oder regelmäßig auch bei sich verfolgt. Schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei. Lasst ihn gerne ein Abo da und drückt die Glocke, aber nur natürlich, wenn ihr das natürlich auch bei mir gemacht habt vorher. So, genug der Vorrede. Jetzt schauen wir direkt mal rein in die Einzelpositionen. Ihr seht hier, ich habe hier wieder einen Reiter gemacht vom 1.4. bis zum 30.4. und sehen hier schon, wenn wir das mal sortieren, dass der Binance Coin 84% plus gemacht hat. Ich habe da ja nur mal eine kleine Position aufgebaut, um das Staking zu testen für euch. Und seitdem hat sich der Kurs einfach mehr als verdoppelt. Und unfassbar krass, bin ich natürlich sehr damit zufrieden, aber wird natürlich unter Glückstreffer abgehakt. Auf jeden Fall wollen wir jetzt mal hier die Kryptos so ein bisschen außen vorlasten. Wie gesagt, die sind im Moment sehr volatil. Wir gehen ja auch so ein bisschen aufs Langfristige und wollen uns mal hier die Aktien anschauen. Hier lief Carl Zeiss Meditek am besten bei den Aktien. 11,3% auf jeden Fall. Bei mir noch eine Sparplanposition, die jetzt aber im äußersten Finale ist, fast fertig. Amazon natürlich auch mal wieder dabei, also super Zahlen geliefert. Genau wie Elphabet mit 9% plus, dann haben wir hier meine ersten beiden Wachstumsaktien, die ich im Depot habe. Die zeige ich euch jetzt hier auch mit drin, also das ist wirklich das Gesamtdepot. Da ist mein Wachstumsdepot mit drin. Das mache ich aber extra, weil es ist wirklich mein Gesamtdepot. Also das ist ja wirklich alles, was ich investiere. Man kann das immer auch alles getrennt betrachten, auf jeden Fall. Aber es ist doch auch mal wichtig, glaube ich, einmal im Monat oder regelmäßig auch mal in Zahlen zu gucken, wie sieht es denn gesamt aus. Was machen die Kryptos? Was machen die Aktien? Was machen die Next Immobilien? Das kommt alles hier rein und deswegen ist es so ein langfristiges Format, was quasi als Tagebuch, so der Plan, in 5, 6, 7 Jahren kann man das alles nochmal zurückverfolgen, wie ich angefangen habe. Kann man alles nachvollziehen und dann kann man auch die Learnings am besten sehen und auch sehen, wo ich auch langfristig Fehler gemacht habe. Hier wird nichts unter den Tisch gekehrt. Hier wird alles quasi dokumentiert. Und deswegen ist es ein Format, wo ihr auch ruhig mal den Daumen nach oben geben könnt. Sorry. So, weiter geht's. Genmap haben wir hier die erste Wachstumsaktie. Facebook, die zweite Wachstumsaktie. Visa auch langsam wieder etwas besser. Liefer wirklich fast ein Jahr im Seitwärtstrend und scheint jetzt so ein bisschen daraus auszubrechen. Sehr cool. Dann haben wir hier den iShares Developed Market Property Yields mit immerhin plus 3%. Auch sehr gut. Den Edge MSCI World hat sich auch wieder so ein bisschen erholt. Der hatte ja so eine kleine Schwächephase im letzten Monat. Plus 3% und somit auch stärker als der NASDAQ mal wieder und stärker als der MSCI World. Ihr seht es hier mit 1,4%. Und der DAX hat sogar fast eine Nullnummer hingelegt. 0,19%. Dann bei den Flops sehen wir hier CD Projekt. Großer Flop. Ist aber gar nicht so groß gewesen, der Flop. 8% im Minus. Ich habe ja hier nochmal Ende März, glaube ich, nachgekauft bei 41%. Aktuell steht der Kurs fairerweise, muss man sagen, bei 38%. Ich bin ja aber langfristig, wie gesagt, überzeugt. Und damit ist das Thema CD Projekt auch wieder erledigt für heute. Münchner Rück. Hier gab es einen Dividendenabschlag. Von daher ist das eher nicht so wichtig. Volkswagen natürlich auch ein bisschen zurückgekommen, weil auch sehr gut gelaufen. Intel. Da ist es natürlich so ein bisschen kritischer. Da sieht es um nicht so doll aus. Minus 11% und hier Bitcoin. Nur minus 11% ist ja schon langweilig. Aber ihr seht es ja hier, dafür hat der Binance-Coin diesen Monat rausgerissen. Crypto.com ist eine ganz kleine Position von 350 Euro. Hier habe ich ja 350 Euro gestaked bei Crypto.com, um diese Cashback-Kreditkarte zu bekommen. Deswegen habe ich diese gekauft. Aber ihr seht es auch schon hier, wenn ihr mal ein Stück nach links guckt, dass die Positionen Bitcoin und Crypto.com, wir haben heute den ersten 5. um 11 Uhr, also der Monat ist 11 Stunden alt, schon wieder 8% im Plus sind. Also das muss man alles, vielleicht alles ein bisschen langfristiger betrachten. Das geht im Moment bei den Cryptos auf und ab und ist sehr volatil. Das ist wie eine Achterbahnfahrt. Und da muss man sich einfach anschneiden. Oder einfach gar nicht in die Achterbahn reingehen, das kann man natürlich auch machen, und einfach gar nicht mehr hingucken. Also ich habe die jetzt gekauft, wir sind auch gestaked, Bitcoin ist gestaked, der Crypto.com-Token ist gestaked. Und ich kaufe langsam nur dazu und ansonsten ist alles bei mir entspannt. Walt Disney jetzt mittlerweile meine größte Position, aber trotzdem sind natürlich die Aufteilungen mittlerweile sehr diversifiziert. Bin ich sehr mit zufrieden. Ich hatte ja mal 12, 13, 14% Amazon, Allianz und Disney. Und mittlerweile sind die Sachen wunderschön abgeschmolzen. Nicht, weil ich sie verkauft habe, sondern einfach nur, weil ich andere Sachen dazu gekauft habe. Das Rechnungskonto ist ein bisschen zusammengeschmolzen. Ich habe ja letzten Monat noch ein paar Sachen gekauft. Aber ansonsten hat sich nicht viel verändert. Außer, dass der Binance-Coin sogar den Bitcoin überholt hat mittlerweile. Hier habe ich ja 1200 Euro, glaube ich, investiert. Und sind jetzt aktuell schon innerhalb von nicht ganz zwei Monaten 2900 Euro draus geworden. Dann natürlich die Ansicht, die euch immer am meisten interessiert. Und danach gucken wir noch in die Dividenden. Da gab es auch eine fette Dividendenzahlung. Und zwar das Performance-Diagramm. So sieht es aus bei mir. Im letzten Monat gab es trotz Volatilität im Markt wieder bei mir ein leichtes Plus. 1% bei den Einzelaktien. Ihr seht es hier. Dann haben wir 2,5% bei den ETFs. Die liefen in dem Monat tatsächlich besser. Auch natürlich durch den Edge MSCI World und den Developed Market Property Yields. Die sind sehr gut gelaufen. Und bei den Kryptos unfassbare 20%, obwohl der Bitcoin minus 11% gemacht hat. Also hier auch so ein bisschen Diversifikation mittlerweile drin bei den Kryptos. Auch wenn es ein bisschen ungewollt ist, muss ich fairerweise sagen. Aber es ist natürlich jetzt trotzdem so wie es ist. Insgesamt also hier eine Performance von 2,7%. Da bin ich natürlich super mit zufrieden, dass auch jetzt in so einer sehr volatilen Phase, wo auch viele aktuell in den letzten 2-3 Monaten so ein bisschen auch ins Minus gerutscht sind, trotzdem mein Depot sich noch ganz gut hält. Und mittlerweile insgesamt in diesem Jahr 14,5% im Plus ist. Das ist auf jeden Fall schon mal eine schöne Sicherheitsrendite, sage ich jetzt mal. Falls es mal so ein bisschen crashen sollte, habe ich das schon quasi dadurch, dass ich einfach investiert war, schon mir so ein bisschen aufgebaut und ausgebaut. Und ich mag es einfach eher investiert zu sein. Und ich fühle mich einfach unwohl langfristig nicht investiert zu sein. Weil ich sehe das wie gesagt langfristig. Und ich habe da auch keine kurzfristigen Probleme, wenn es jetzt nochmal runtergehen sollte. Sondern da würde ich einfach weiter nachkaufen. Bevor wir uns noch eben die Dividenden anschauen, nochmal ein ganz kurzer Blick hier in meine Depot-Aufteilung. So sieht das aktuell aus quasi. Das ist quasi mein Oldschool-Depot, was so eher so fundamental ausgerichtet ist. Und das hier ist mein Wachstums-Depot, welches quasi an der High-Growth-Investing-Strategie angelehnt ist. Da haben wir hier die Cash-Quote aktuell mit 6%. Wachstums-Depot macht mittlerweile 5% aus. Und die Kryptos machen 10% sogar aus. Also mittlerweile so groß, wie ich sie auch gerne hätte. Mal schauen, wenn es jetzt größer wird, werde ich wahrscheinlich irgendwann auch die Nachkäufe vielleicht sogar einstellen. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass man das Ganze immer auch von der investierten Summe betrachten sollte. Und vielleicht nicht nach Performance-Sicht. Da muss ich nochmal ein bisschen in mich gehen. Wenn mich jemand sucht, ich bin im Zwiespalt. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht ganz genau. So, dann noch ein Blick in die Dividenden und Zinsen. Zack. Und dann sehen wir hier auf jeden Fall, dass es hier einen Ausschlag nach oben gab. Das lag aber daran, dass es Bayer noch am 30. jetzt schnell ausgeschüttet hat. 39,27 Euro gab es von Bayer. Cisco hat ausgeschüttet. 3,67 Euro. Coca-Cola. 5,91 Euro. PepsiCo. 1,23 Euro. Und das macht somit 50 Euro aus. Im Vergleich zum letzten Jahr natürlich eine krasse Steigerung. Das liegt aber hauptsächlich, ihr seht es hier, an Bayer. Weil die haben hier im letzten Jahr im Mai ausgeschüttet. Haben auch die Dividende gekürzt. Ihr seht es hier auch schon. Aber im Mai wird trotzdem ganz gut werden, weil Allianz und Münchner Rück da anstehen werden. Und ich habe ja eine große Allianz-Position. Und da freue ich mich auf jeden Fall auf eine schöne, saftige, dreistellige Dividende. Jetzt interessiert mich natürlich wie immer, wie war es bei euch? Was ist bei euch gut gelaufen? Was ist bei euch schlecht gelaufen? Seid ihr in diesem Monat im Plus gelandet? Wenn ja, wie hoch? Oder seid ihr in diesem Monat vielleicht sogar mal unter Wasser gelandet? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Lasst das Video gerne einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Denn hier erwarten euch in Zukunft viele coole und langfristige Projekte, die auch einen Mehrwert hoffentlich für alle haben. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns am Mittwoch wieder. Da schauen wir wahrscheinlich mal mein aktuelles Content-Modell an. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis die Tage.